Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Forces Version Welche Version war es? 0.8 glaube ich, ich bin ja gerade ein bisschen in Camping verwickelt Wir waren hier mal stehen geblieben im Ice Dungeon und ich glaube Ja, jetzt kommt der Boss und der hat mich kalt gemacht und ich bin wieder hier Kein Savepoint vom Bosskampf, das ist natürlich schon ziemlich scheiße Wenn ich das mal so ausdrücken darf Ne, das ist aber, hä, wieso macht der denn keinen Savepoint vom Bosskampf? Das ist doch sonst immer ein Savepoint vom Boss Ich bitte euch Leute Naja, jetzt kommt wieder dieser scheiß Job, ich glaube ich setze wieder ein Savepoint Ich habe keinen Bock das hier jedes mal neu zu machen Und den Spinner hier jedes mal aufs Neue zu besiegen Ja, das Skript ist relativ leicht zu umgehen, einfach nur einmal schlagen und danach kann man ihn ja richtig bearbeiten Also er hat es nicht wirklich drauf Also er hat es nicht wirklich drauf Also die Eisgegner Ja, ich setze mal hier ein Savepoint hin So Dann ist das gleichlich ganz okay, hä, hat es keinen Gegner? Okay, aber es wird auf Skype gesendet Ja, kommt, der One hittet mich Soll ich ihn gegen den machen? Hä, wie soll ich denn den besiegen? Ein Holzschwert vor allem Dann dauert es genau so lange wie ein Bessel halt Ist zwar schon ein bisschen her, die Map, aber trotzdem Ja komm, das geht nicht Das geht nicht Nee Ich glaube man sollte sich davor das Steinschwert kaufen Aber da hat sich ja keine Möglichkeit dazu Oh Mann, der ist so krass, so roter Typ Verpiss dich doch, Mann Das ist krass, als der zieht mal Einem einzigen Leben Er treffe alle Leben ab eigentlich Mit den Bogen kann man ihn schön auf Distanz halten Das ist gut Und mit den Bomben glaube ich auch Ja Oh, 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 oh Und nichts dazu. Außer, dass der Typ fett ist und nicht aufkratzen will. Na endlich. Hat lange genug gedauert. Okay. Unser nächster Herzcontainer. Und es geht nach oben. 46. Oh, 46. Na gut. Wurzelt bis jetzt später heute. Egal. Morgen haben wir nicht so wichtige Fächer. Muss man nicht aufpassen. Opsa. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu früh. Ja. Kongress, you've beaten Version 0.8 of Dark Forces. Cloud Kingdom, Node. And not to the never. Was? Ist es jetzt schon vorbei? Ich hab's mir ja fast gedacht, aber so kurz. Kann man nämlich nicht reingehen. Bei den Never gibt's nämlich nicht noch Adventure Crafts. Äh, ja. Dann komme ich noch direkt zum Fazit. Oder zur Bewertung. Die 1-2 Minuten hier werde ich noch hinten dran schneiden. An den alten Part. Denn es ist es ja nicht wert, noch ein Part anzufangen. Ganz ehrlich. Also, Bewertung ist auch schnell gesagt eigentlich. Texturen sind eigentlich ziemlich schön, muss ich sagen. Die gefallen mir sehr gut. Also, grafisch her ist es top. Script-mäßig ist es hier auch ganz okay. Also, es hat schon was. Gameplay-mäßig her fand. Ist ziemlich langweilig, muss ich sagen. So, irgendwie relativ das Gleiche hatte ich das Gefühl. Also, ich hab irgendwie keine Ablechung gespürt. Ähm, ja. Also, ich fand's irgendwie echt jetzt nicht... ...wirklich spannend vom Gameplay her. Muss ich leider so sagen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ich hab's hier zu kurz. Wir sind jetzt hier im dritten Part quasi noch. Das ist verdammt kurz. Und ja, Uncred Relics hat ein geiles Gameplay. Und eine coole Story hat angefangen. Einen geilen Soundtrack. Und hier haben wir kein geiles Gameplay. Der Soundtrack war nicht so gut. Also, ich fand ihn eher mittelmäßig bis schlecht. Man hat auch eigentlich keine Abwechslung mit Soundtrack gehabt. Man hatte gerade am Anfang das Schattenpapel-Thema. Das war echt verdammt gut. Aber später war's einfach nicht mehr so geil. Da hat man die ganze Zeit die gleiche Mucke. Die hier, der erste Dage hatte noch eine andere. Dann da vorne noch diese Psychomusik im Brunnen. Das war's aber halt auch schon. Und das ist echt nicht gut, was man da so gehört hat. Gerade keine Bossmusik oder irgendwie sowas. Und ich sag's immer wieder, Musiken sind keine große Arbeiten, Adventurecraft reinzumachen. Also, das gibt natürlich schon fette Minuspunkte. Und wenn das die Version 0.8 war, ist die Version 0.1, äh 1.0, also die Vollversion, nicht wirklich viel länger. Das heißt, da gibt's auch noch Abzüge wegen zu kurz. Bei anderen Maps, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, irgendwelchen, die ja noch gar nicht fertig sind, wie zum Beispiel Tales Tale, hat in der Version 0.1, ähm, 14 oder 15 Parts oder so. Und das hier hat drei Parts, in der Version 0.8. Okay. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, also das ist einer der schlechtesten Maps, muss ich leider so sagen, die ich bisher gespielt habe. Also, Grafik war gut, aber der Rest war eigentlich echt scheiße. Um es mal ganz, ja, direkt auszudrücken. Deswegen gibt es für mich, für diese Map, auch nicht mehr als 35%. Also, das ist meine Wertung für die Map. Nur eine der Map, das bis heute schlechter war, das war Haunted Mansion Western 2.3, die war noch schlechter. Ja, die war auch noch kürzer, die war quasi zwei Parts, eigentlich ja vier Parts, aber weil ich früher nur 10 Minuten Parts gemacht habe. Also, 2x2, ja, die war noch schlechter, weil die hatte nicht mehr Musik. Aber ob das hier wirklich besser ist? Ja, war schade, hätte auf jeden Fall das Potenzial gehabt, die Map, aber echt nicht gut. Ihr habt es vielleicht auch in meinem Let's Play gemerkt, ich war eigentlich relativ gelangweilt auch. Am Anfang war ich motiviert, aber schon im zweiten Part, in dem Ice Dungeon, da war ich dann echt gelangweilt. Da hatte ich auch nicht mehr so wirklich Bock drauf, hat man glaube ich gemerkt. Und jetzt bin ich eigentlich relativ froh, dass es vorbei ist. Und dass ich danach bald die neue, geplante, lange Map anfangen kann, auf die ich mich schon sehr freue. Ich weiß nicht, wie viele Parts werden, ich denke mindestens, okay, so lange wird die Map doch nicht sein. 10 Parts, trotzdem wird sie geil werden. Vielleicht spiele ich da noch eine andere. Mal schauen, falls ihr lange Maps habt, auch selber vielleicht an der Map erstellt habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich spiele eure Maps gerne, ich spiele auch gerne Vorschläge. Ja, ich freue mich auf jede Fälle, wenn ich Vorschläge bekomme, werde ich sie auch, denke ich mal, auf jede Fälle spielen. Ich habe sie schon gespielt, dann sage ich das aber auch. Ja, danach könnt ihr mir eure Wertung auch in die Comments schreiben, ob nur ich die Map so scheiße fandet. Oder ob ihr sie ähnlich schlecht fandet. Ich freue mich auf eure Bewertungen und dann sehen wir uns zur nächsten AdventureCraft AdventureMap wieder. Oder alternativ bei Rayman 2 oder bei Fire Emblem Dark Dragon and the Sword of Light. Bis zum nächsten Mal Leute, ciao!